Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin hier gerade an einer Straße mit Jason und David. Und zwar, wir sind hier gerade, weil Jason hat so einen Drohnenauftrag. Der fotografiert von oben für andere Leute halt deren Haus. Und deswegen sind wir gerade hier. Seine Drohne startet gleich. Danach gehen wir runter zum Wasser und filmen dann ein bisschen mit der Drohne. Und ich glaube, das wird ziemlich cool. Ja. Das war's. Wir sind jetzt am Wasser angekommen und werden jetzt die Drohne auspacken und fliegen lassen. Das ist so scheiße, glaube ich. Wir sind jetzt so reingeschnitten, vor allem. Getting high here without to let the go. Do you remember, girl? I was the one to show you who you are. Making confessions go. About how you had loved me from the time. Late 90s. Late 90s. Late 90s. Late 90s. Late 90s. Late 90s. Baby love you. Late 90s. Yeah. Luck and fate brought me to you cause You're destiny's child Turn the ignition and you're Drivin' me wild You're irreplaceable The way you rockin' that body's one of a kind Way too tasty, girl The moment you saw me You blew my mind Like a day until night Oh, love, yeah The record's spinning While you feel my self-blast Listen to some mushroom Fall in love Listen to some alien Fall in love Listen to an alien Fall in love Listen to a girl Just like 90s, baby Taking off our clothes It's getting ahead and healed Without to let them know Do you remember, girl? I was the one to show you Who you are Making confessions, girl About how you had loved me from the same Late 90s, baby, love Late 90s, baby, love Late 90s, baby, love So, ich bin jetzt gerade am Schnitt von dem Video Ich habe den restlichen Tag nichts mehr gefilmt Ich war noch joggen Und zwar Das hat echt ultra Spaß gemacht Ich war 11 Kilometer In 56 Minuten Wer mir auf Snapchat folgt Der hat das auch gesehen Ja, es war unglaublich viel Arbeit zu schneiden Das Video Also würde es mich riesig freuen Wenn ihr eine positive Bewertung da lasst Und ihr fragt euch alle Wo ist das Theatervideo? Ja, ich weiß Das kommt erst noch Also wir wollten eigentlich Montag ins Theater gehen Also halt der Montag, der schon war Ging aber nicht Weil da das Theater irgendwas anderes gemacht hat Und dann Und jetzt konnten wir halt die letzten paar Tage auch nicht Jetzt machen wir es wahrscheinlich diesen Montag Also morgen Und Macht euch da mal auf was gefasst Ja, und damit war es das dann auch mit dem Video Schaut unten in die Videobeschreibung Da sind die ganzen Links zu meinen Social Media Plattformen Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem anderen Video wieder Bis dahin Tschüss Back to reality Outro